In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwiden verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einen von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist. Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.